Was gedacht, willkommen ins neue Video von PokeTV. Hier in diesem Video geht es darum, und zwar Hüpfe von verschiedenen riesigen Astro-Köpfen. Ja, und das ist von Trevor Scott die Aufgabe, Leute, und wir müssen von fünf verschiedenen Köpfen draufspringen. Und ihr seht aktuell von der Höhe aus, gibt es da vorne einen Kopf, hier einen Kopf, hier einen Kopf, hier einen Kopf, hier einen Kopf und ganz links einen Kopf. Und wir müssen einfach da oben draufspringen. Fünfmal auf den verschiedenen Köpfen, von denen draufspringen einmal. Und das war's, das ist eigentlich mega einfach. Also einfach hier zu dem einen, zu dem einen Kopf, einmal fliegen hier, und dann zum nächsten Kopf fliegen. Der nächste Kopf wäre immer hier vorne. Am besten auch da Gruppenkeile rein, Leute. Habt ihr auch ein bisschen Ressourcen dabei, dass ihr nicht alles looten müsst, noch alles hier. Hier ist auch noch ein Kopf, Leute. Der zweite Kopf, nicht vergessen, Leute, es gibt in den nächsten paar Tagen ein Live-Event von Travis Scott hier bei uns in Sweetie Sands. Nicht vergessen, falls ihr es noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr Bescheid. Es wird bald diese Woche ein Event geben. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir gehen mal auf den Kopf hier oben drauf von Travis Scott. Und... Oh, hier sind sogar Feinde. Es ist jetzt ein bisschen unfair, was jetzt ein bisschen Ärger machen gerade. Das finde ich jetzt echt nicht in Ordnung, gerade von denen. Ah, geschafft, nice, geschafft. Sehr gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Kopf, Leute. Der wäre da vorne. Also bei Gruppenkeile müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Da wollen wir bestimmt noch mehr, glaube ich, hinfliegen, weil ihr da einfach so viel die Aufgabe machen wollt. Da auch wieder auf den Kopf draufgehen, hier. Drauf springen einmal wieder und zack. Dann fehlt noch ein Kopf. Er wäre da vorne, ganz hinten, bei Sweetie Sands nochmal, ganz hinten hinfliegen. Und da haben wir auch alle Aufgaben geschafft. Und ich hoffe, ich kann euch zeigen, wie man es macht und wo die ganzen Köpfe sind von Travis Scott. Und wenn ihr Bock habt, lasst dann gerne einen Daumen nach oben da, einen kostenlosen Abo. Ich würde mich natürlich sehr erfreuen, Leute. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer ProKlTV. Peace. Out. 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 Out.